Carsten Pilger vom FCS-Blog hier mit der Analyse zur besten Saisonleistung des 1. FC Saarbrücken. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte ist, wir sind erst am dritten Spieltag. Und damit rein in die Partie gegen den MSV Duisburg. Was für eine Leistung. Und fangen wir doch mal beim Vorbericht an, den ihr vielleicht gesehen habt. Das werden ja einige auch die Vorberichte hier schauen. Da habe ich ja davon gesprochen, dass beide Mannschaften, die ja von erfahrenen Drittligatrainern, Duisburg sogar vom erfahrensten Drittligatrainern, Pavel Dotschev, trainiert werden, dass die ein ähnliches taktisches Gerüst haben. Und dass die Herausforderung für Uwe Koschinat ist, da sehr gut die eigenen Stärken und Schwächen zu kennen, um die gewinnbringend gegen die Duisburger einzusetzen. Und wer nach Spielende das Magenta-Interview mit Pavel Dotschev gesehen hat, der wird was Interessantes gehört haben. Ich glaube, ich habe selten einen Trainer in so hohen Tönen vom Gegner reden hören, weil was er gesagt hat, ist, dass der 1. FC Saarbrücken genau das gemacht hat, was er mit seinem MSV Duisburg eigentlich erreichen wollte. Nämlich früh die Wege zu stellen, nicht viel Druck entfalten lassen und eine hohe, dieses Wort ist so ein bisschen albern inzwischen, Griffigkeit haben. Und eine sehr interessante Beobachtung hat er gemacht, dass Saarbrücken den Spielmacher, den Zehner, im Tor stehen hat, dass man nämlich immer wieder die langen Bälle von Daniel Batz auf Adriano Grimaldi gesucht hat. Und der hat da vorne die wirklich festgemacht, der Wandspieler sozusagen, und hat die Bälle immer weiter verteilt. Aber fangen wir doch mal an. Wir haben zwei Mannschaften, die spielen nominell mit einem 4-2-3-1 gegeneinander. Für die, die es sich jetzt bildlich vorstellen müssen, wir haben also zwei Sechser, wir haben in der Zentrale jemanden, das ist bei uns Julian Günter Schmidt, der so eine Art hängende Spitze ja ist, auf den Flügeln Minos Guras und diesmal Tobias Jennecke für Maurice Deville und vorne eben Adriano Grimaldi. Und Duisburg schafft es nicht wirklich, nach vorne zu kommen. Die haben ein Problem, das hat auch Pavel Deutschew so gesagt nach Spielende, die stehen zu tief. Dadurch, dass Duisburg schon zu tief steht, ist irgendwie keiner da, der den FCS bei Ballbesitz anläuft. Das heißt, der FCS hat entweder die Variante, er spielt das Raus über die Flügel und hofft, dass er da irgendwie durchkommt. Das hat er, glaube ich, schon in Hannover versucht, der FCS. Und das war nicht so erfolgreich. Was er aber heute gemacht hat, war das beschriebene Spiel mit den langen Bällen. Vor allem kamen die von Daniel Batz eben nach vorne und da ist jemand, der die festmacht. Und der FCS, der war heute körperlich sehr robust. Er hat oft die ersten Bälle gewonnen. Er hat aber auch bei den zweiten Bällen sehr viel Einsatz gezeigt und war sehr gut zur Stelle. Ich glaube, die zweiten Bälle, das war eine eklatante Schwäche im letzten Spiel, das wir verloren haben am zweiten Spieltag. Da haben die zweiten Bälle echt nicht gesessen. Das war jetzt anders. Gegen Osnabrück war das wirklich noch ein Trauerspiel. Aber da war der Kampf um den zweiten Ball wirklich sehr oft erfolgreich. So auch beim 1 zu 0. Da ist nämlich ein Umschaltmoment, den Luca Kerber großartig nutzt. Also er kommt quasi in einen Ballbesitz in der Situation, in der eigentlich Duisburg schon wieder umdenken muss nach vorne. Jetzt ist es aber ein relativ kurzer Weg zum Strafraum und die Lücke zwischen den zwei Innenverteidigern ist so groß. Und da sucht er den Ball wirklich auf Dominik Ernst, der auch ein großartiges Spiel gemacht hat. Man hat nämlich häufig versucht, so im letzten Drittel das Spiel auf die andere Hälfte aufzuverlagern oder auf die Außen zu verlagern. Und vor allem Dominik Ernst hat da heute seine Sache sehr gut gemacht. Der geht da wirklich in die Schnittstelle durch und muss den Ball nur querlegen zu Julian Günther Schmidt. Und den verwandelt er ganz einfach 1 zu 0. Ausgangspunkt natürlich, der großartige Einsatz, wurde hier schon ein paar Mal in Videos gelobt von Luca Kerber. Das 2 zu 0, da ist dann auch wieder Luca Kerber zentral. Aber da ist nochmal klarer zu sehen, dass der FCS heute noch einen weiteren Vorteil hatte, nämlich einen psychologischen. Er war in Situationen wacher und das hört sich jetzt alles wie so ein Pipapo und ein bisschen auch wie Voodoo an. Aber die konkrete Übersetzung von psychologischer Wachheit in die Spielaktion heißt ja, ich bin reaktionsschneller. Ich bin schneller eingestellt auf die aktuelle Spielsituation als mein Gegenspieler. Da ist die Situation für den MSV Duisburg fast geklärt. Dominik Ernst ist mal wieder an der rechten Seite an der Grundlinie. Verliert er quasi den Zweikampf gegen Moritz Stoppelkamp, der sehr weit zurückgegangen ist. Den Ball dann aber unzureichend klärt. Er klärt den relativ zentral in die Mitte. Das ist immer schlecht und statt, dass er da unterstützt wird von seinen Mitspielern, geht keiner so wirklich drauf auf Luca Kerber. Der macht einen Weitschuss, wird super durchgelassen von Günther Schmidt noch in der Spitze und der breiter gegen den Pfosten. Und weil wirklich die Duisburger Abwehr da komplett nicht aufpasst, ist Minos Guras halt nicht im Abseits und macht da ein super Abstaubator. Ist großartig da in der Bewegung direkt drin und schneller als seine Gegenleute. 2 zu 0 für den FCS. Psychologie, wirklich wach sein, aufmerksam sein und wissen, wann man wo stehen muss. Und jetzt könnte ich auch noch über die zweite Halbzeit so reden. Ich habe mir jetzt diese Einzelaktion rausgegriffen, weil eben die Tore dadurch entstanden sind. In der zweiten Halbzeit hätte da noch das dritte oder vierte Tor durchaus fallen können. Man war die ganze Zeit über besser, hat die Räume besser besetzt. Man hat schon sehr, sehr früh den Gegner in der gegnerischen Hälfte angelaufen. Also das war oft schon der erste Pass vom Torhüter in die Vierer-Abwehrkette hinein, wo schon dann ein FCS-Spieler draufgegangen ist. Das hat mich ein bisschen überrascht, weil ich diese Aktion eher jetzt als Vergangenheit gesehen habe, weil dieser überfallsartige Fußball, das war ja eher noch die Kwasnjok-Zeit. Und Uwe Koschinat hatte ja so ein bisschen den Ruf weg als Hoch- und Weitrainer, aber nee, nee, da hat man heute mehrere Tugenden gut miteinander vereinbart und auch, dass man zu Null gespielt hat. Ich meine, da gab es jetzt vielleicht im Spiel zwei Chancen für Duisburg, die jetzt aber auch nicht wirklich so zwingend waren. Da war ein Kopfball von Stoppelkamp, der aber auch relativ zentral und nicht so stark geköpft war. Was sich da wieder zeigt, ist, dass die beste Verteidigung halt schon früh im Feld beginnt, dass man schon eigentlich mit der Offensive, die Defensive denken muss, dass eine Null-Nur stehen kann, wenn auch vorne das Spiel des Gegners schon zerstört wird. Und das hat der FCS heute extremst gut gemacht und ich habe jetzt keinen Hut an, ich müsste ihn ziehen. Und das will ich auch nochmal nutzen, um zu sagen, nach dem zweiten Spieltag, und das war wirklich ein furchtbares Spiel, was wir auch schnell vergessen wollen, da habe ich so viele Kommentare gelesen über Grimaldi, den Stehgeiger da vorne, der nichts bringt und da nur rumsteht, oder über Dodo Ernst, dessen Flankenläufe da auch nichts bringen und der defensiv nicht genug absichert und auch das Tor zu verschulden hat. Gerade die zwei, die haben heute ein wunderbares Spiel gemacht, die waren heute entscheidende Faktoren, dass wir gewonnen haben, gegen eine Mannschaft, die zumindest mal von der individuellen Besetzung her definitiv stärker spielen wird als heute. Und wir sollten uns jetzt auch nicht von einzelnen Spielen in die Irre leiten lassen. Auch ein Grimaldi hat mal einen schlechten Tag, der hat dann aber auch wiederum so einen Tag wie heute, wo er dem FCS sehr weiterhilft, selbst wenn er kein Tor macht und keine spektakulären Offensivaktionen. Der braucht nicht mal einen Torschuss haben. Seine Rolle ist heute aufgegangen, total. Das gleiche gilt für Dominik Ernst. Geben wir der Mannschaft auch noch ein bisschen Kredit und Chancen, bevor wir wie nach dem letzten Spiel wieder draufhauen, Saisonziele infrage stellen, Verstärkungen fordern, wo wir gar nicht so wissen, wo müssen wir eigentlich verstärkt werden. Das war Fußball, der Spaß gemacht hat. Es werden auch wieder Spiele kommen, wo man sich vielleicht taktisch verschätzt, falsch einstellt. Das werden wir alle sehen. Heute das aber war für mich schon mal so ein erstes Indiz dafür, dass auch ein Uwe Koschinat sehr gut analysieren kann und weiß, was der Gegner aufs Tablett bringt und was er dann machen muss. Und die Mannschaft hat auch gezeigt, dass sie das sehr gut umsetzen können. Ich freue mich wie immer eigentlich auf eure Kommentare und wir sehen uns im nächsten Video. Euer Carsten. Ich freue mich. Vielen Dank.